Den habe ich auch gekriegt. Ich habe drei Stück hier geholt, oder was? Was? Drei Stück liegen hier rum? Ja, da ist der erste, hier ist der zweite. Krass. Und hier hinten, wenn du durchgehst, ist der dritte. Ja, da. Hä? Ja, auch nicht. Aller. Da. Ja, aber wieso ein Elefant rammelt? Ah, hier die Treppe runter, Junge. Das hörst du über ganz Reserve. Ui! Da hat schon einer aktiviert. 39. Es könnten... Es könnten Räder auf dem Platz sein. Passt auf, ich habe einmal Glück, dass Räder so unten sind und die geben es mir direkt an. Ja, ich habe einmal Glück. Ja, mal ein bisschen langsamer, wir haben Zeit. Kein Rucksack auf und der trampelt hier hoch, Junge. Als würde er 10 Zentner wiegen. Ich höre Steps. Ganz leise. Zwei, oder? Zwei, oder? Nein, na, Mommy, Daddy-Button. Oh, Kaiser. Oh, herzlich willkommen, grüß dich. Oh, hast du mich erschrocken? Alter Schwede. Alter Schwede. Ich dachte, ich kriege direkt den Headshot hier. Was habe ich mir noch angedanmen mit diesen Sound-Alerts, Alter? Oh, habe ich mich erschrocken. Alter Schwede. Danke, Leute. Das könnten natürlich auch Reiter sein, die da unten rumlaufen, oder? Nee. Dieser Blöde, Alter. Was? Da war noch einer. Oh, ey, leck mich doch. Junge, wie die Scheißhaus fliegen. Hm. Oh, oh, oh. Der Mann hat es eilig. Kein Rucksack mit. Nee, warte mal. Ja, warte mal, da hat er ja doch, da hat er doch bestimmt D2 aktiviert. Oh, Alter, oh, Schwäche. Alter, Leute. Alter. Ey. Was habe ich mir da nur angetan? Talk of ist das echt. Irgendwann bringt der mich um. Willst du freundlich sein oder wollen wir Action machen? Was hat er gesagt? Wieso, die machen Quests. Aber ich glaube denen nicht so ganz. Deswegen hasse ich Voice over IP. Ich lass mich jetzt. Ja. Ja. What kind of quest do you making? What? Oh, ich werf meine Nate rüber. Ah, schick was rein. I got a pineapple for you. Das war's mit der Freundlichkeit. I wish you good luck, man. Der kommt oben. Wenn man da oben steht, hört man den Airdrop, wie der fliegt das Flugzeug. Deswegen bin ich wieder hier runter gekommen. Warte, die sind hier unten. Ich weiß nicht, ob die hinten durchs Wasser wollen. Oh, ey. Hä? Ja, jetzt hörst du's auch, ne? Ja. Alter, was ist denn das für ein Mist? Was meinst du? Was meinst du? Ich habe Freunde. Ich brauche nicht Freunde. Let's fight. Ich traue dem Frieden nicht. Nee, nee. Kannst du das für mich halten? Soll ich mal für hinten ran? Brauchst du Wasser? Ja, versuch die hier ein bisschen so in Schach zu halten, dass sie nach vorne... Du musst die Härte ins Wasser treiben. oben. Die leuchten auch hier hinten raus. Der wissens glaub ich schon, dass du da bist. Der hat die Tür jetzt zugemacht. Was denn? Der macht die ganze Zeit so komisch wie ich hab jetzt gerade einmal gegen die Tür geschossen und er tut so als hätte ich ihn getroffen und schreit so, ah, ah, I'm hurt. Okay, der eine ist ganz hinten, wenn man durch diesen langen Gang kommt, linke Seite. Wo man den Strom macht, da hinten ist der. Ich stehe jetzt vor der Wassertür. Wo du in die kleinen Zwischenkammer reinkommst. Okay, 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 ich weiß, wo du meinst. Dann versuche ich die mal dahin zu treiben, aber ich... Nee, mach gar nicht. Der eine da hinten macht mir Ecke, ne Ecke macht mir ein bisschen Paranoia. Hm. Quatsch ein bisschen mit dem. Hello, my friend. Where are you from? From, from Finland? Okay. What do you mean? Einen hab ich. Nice. Ich mach die Tür auf. Der andere ist hier rechts drinnen. Ich schmeiß den Nade, warte. Ich bin drinnen, ich bin hier in der Mitte vom Gang. Okay. Siehst du mein Licht? Ja, ich seh dein Licht. Der ist hier dreck hinten in der Ecke, in der rechten Ecke. Warte, ich brauch Pinkeller kurz. Ja, ja. Ich komm rum. Das glaube ich hier, oder? Son of a bitch. Hier drinnen, ist hier drinnen. Genau hier. In dem großen Büro, ja? Ja. In dem Büro daneben drängen. Also da, wo die Tür zum Durchgang ist, zum nächsten Büro. Ah, okay. An der Tür am Pieken. So, Kollege. Der will von hinten abhauen. Warte, ich mach von hinten zu. Halt du da, ich geh da hinten hin. Okay. Jetzt haben wir den in der Zange jetzt. Jetzt kann ich mich mehr abhauen. Ab den. Hast den? Yep, yep. Geil. Hat dein Happy Loot? Ja. Ich komm zu dir, oder? Ich komm von hinten. Ich komm da, wo man das Glas kaputt macht. Da bin ich jetzt gerade. Ah, okay. Also so gesehen, wenn du da hinten laufst, bin ich wieder da. Da, wo ich den Typen getötet hab. Gut, gut, gut. Okay, ich komm zu dir gelaufen. Gut. Boah, da ist noch einer in der Ecke. Hab ihn gewählt. Boah. Hast du ihn? Ja. Oh, geil. Ich komm zu dir. Ich komm rein. Ja, komm. Hier in der Ecke. Krass, der Typ. Alter. Was war denn das? Achso, die Fahne. Krass. Den hab ich auch gekriegt? Ja, den hab ich auch gekriegt. Ich hab drei Stücke geholt, oder was? Was? Drei Stücke gingen hier rum? Ja, da ist der Erste. Hier ist der Zweite. Krass. Hier hinten, wenn du durchgehst, ist der Dritte. Geil. Ja, dann schnapp dir alles, was du brauchst. Auch nicht durchgewischt, Mann. Auf jeden Fall. Roche. Du bist nicht der Fall. Hab es dir da. Richards Stücke. Du bist der Dritte Hill. Scheinbar racht зам too, Thomas. Steier und ich,озможно. Ja, ich habe es dir. Bis zum nächsten Mal.